Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde von Fatespielen zu einer neuen Folge PirateStorm. Ja, ich spiele heute für euch den zweiten Teil von PirateStorm quasi schon ein bisschen her und ich glaube, mein Account ist diesmal noch da. Ja, Zeit für deine Entdeckungsreise, erkunde jetzt die neue Karten. Okay, weil wenn ihr meine Let's Base verfolgt, dann habt ihr vielleicht schon mal gemerkt, dass oft der Account gone ist, aber ich hoffe, das ist nicht hier der Fall. Tag 1 akzeptieren, bekommen wir jetzt was. Fettspielen 1 und es ist doch der Fall, ich bin nämlich Level 1. Komisch, komisch. Dann habe ich wohl noch in der Beta gespielt. Das bedeutet, jetzt kann ich hier nur rumfallen wie ein, oder? Level 1, na doch, scheinbar habe ich schon mal was gemacht. Nach, nach Iquese nicht, Tiefseetaucher, aha, tauchen. Was ist das denn? Der taucht jetzt hier, 150 Stahl abholen. So, wir sind zweimal getaucht, haben ein bisschen Material zu Vorschein gebracht. Sehr schön, jetzt gucken wir mal hier, hier blinkt was. Schlachtfilter, Kriegsmeister, Arena, Quests, das ist doch mal was. Jungfernfahrt, na gucken wir doch mal hier. Ahoi Captain, willkommen auf deinem Schiff, ich bin Rackham, der erste Mat, ich habe dir eine Crew aus erstklassigen Taugenichtes und Halsabschneidern zusammengestellt. Sie können es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Versenke zur Übung mal ein paar Schiffe und zeige ihnen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Er kommt dann hier, Williams Garden. Die können wir doch vernichten hier, oder? Wie geht das? Nicht mit der rechten Maustasse. Hier, die Seerate, die könnten wir doch mal angreifen. Was ist denn? Davy Jones Geschosse. Müssen wir die vielleicht hier runterziehen oder sowas? Ja, so, da schießen wir jetzt drauf. Wo sehe ich denn mein Leben? Das ist hier oben. So, das hätten wir gemacht. Die Quest haben wir quasi abgeschlossen. Tägliches Training, was ist das? Es ist Zeit für tägliche Harpunwerfer geölt, Harpun poliert, Mannschaften bereit. Fahre nach Carados. Hier haben wir übrigens eine neue. Ungeheuer Tod, was ist denn das? Fahre nach Carados. Töte Krebsmonster. Ah, habe ich das schon gesehen hier. Das sind doch welche. So, das schießen wir jetzt drauf. Das ist mit dem Schuss. Kann ich auch mit denen schießen hier. Nö, ich glaube, der schießt dann immer mit denen. So, das Krebsmonster geht gleich den Bach runter. Und da geht es auch schon down. Sehr schön. Die Quest hätten wir auch gemacht. Dann kriegen wir eine neue Engarde. Engarde. Versäge William's Guard. Die habe ich auch schon gesehen. Die können wir uns doch schnappen hier. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Komm her. Bam. Ja, wir haben eindeutig mehr Feuerkraft. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Das ist Angreifen. Das ist Harpune. Verflucht nochmal. Töte zwei Krebsmonster. Was ist denn hier mit diesen ganzen Kisten? Soll ich die vielleicht mal einsammeln? Also ich wollte sie einsammeln, oder? Was meint ihr? So, da ist noch ein Krebsmonster. Da gehen wir nochmal drauf. Komm. Ah, das sind die Harpunen. Der schießt jetzt mit den Standarddingern. Aber ich will jetzt mal mit denen hier schießen. Was machen die? Wie viel Schaden? 32. Und die normalen. Genau, so. Oh, da ist noch eins. Jetzt gucken wir mal, was die anderen machen. Na, die machen nur so sieben. Seht ihr? Ah, oh, oh. Mal 35, sieben. Ja, kommt. Je nachdem, ob die kritten, ne? Töte zehn Krebsmonster. Gut, das ist halt auch eine ganze Quest hier, ne? So, dass wir mal so viele finden hier. Komm her. Quest abgeschlossen. Abnehmen. Annehmen. Was ist die nächste? Schnipp, schnapp. Töte zwei Krebsmonster. Ja, ich meine, ist der der große Krebsmonster-Killer, oder was? Das ist die Sache. Kann ich, kriege ich denn auch... Was ist das hier? Quest abgeschlossen. Oh, Quest abgeschlossen. Ah, ich müsste das auch hier abnehmen. Was ist das? Ne, ich will... Was heißt das teilen? Ne, will ich nicht. Mann, 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 Mann. Okay. Okay. Ich kriege hier die XP reingeflogen. Habt ihr das gesehen? So. Das sind die Quests. Jetzt kann ich aber auch hier mein Profil... Du hast Level 2. Was kann ich hier machen? Mein Profil, mein Bild. Das sind so Achievements scheinbar. Nicht freigeschaltet. Das ist... Was ist das hier? Dickes Fell. Höhe auf nächste Stufe. Ich glaube, da mache ich mein Schiff stärker. Nö, meine ich. Ich habe noch einen Punkt. Der nächste kostet aber... 2. Genau. Mates habe ich keine. So. Jetzt können wir weiter machen. Jetzt müssen wir ja noch... Krebsmonster und Krebsmonster töten. Ne, brauchen wir erstmal ein paar, ne? Da fahren wir ja ein bisschen rum. Sehr schön. Da sind sie auch schon. Ich nehme mal wieder die da. Die gefallen mir besser. 110 hat es... Mit 110 hat es gekrittet. Habt ihr das gesehen? Zack, zack, zack. Da ist noch eins. Oh, hier ist eine ganze... Armee an Krebsmonstern. Mhm. Zack. Die haben wir auch abgeschlossen. 600 Eisenkugeln. 7.000 Gold. Ich meine, wo werden die denn gesammelt? Ah, die werden hier gesammelt, ne? Schön. Hier liegt überall das Zeug rum. Ich sehe auch immer gar nicht, was mir das bringt. So, dann klicken wir das wieder zurück. Das sieht man jetzt. Das sieht man jetzt. Ich glaube, das bringt nicht immer was. Hier haben wir was Neues. Gerade mal davon gekommen. Versenke zwei, Williams gerade. Das sind ja mal tolle Quests. Da fliegt mir ja das Blech weg. Da haben wir eine. Erstmal müssen wir das Krebsmonster umlegen. Komm, komm. Jetzt haben wir die zehn Krebsmonster umgelegt. So, jetzt hier. Wie sieht's denn aus? Wir haben hier nämlich dicke Eisenkugeln bekommen. Bleibst du hier? Was ist denn du für eine Muschi hier? Das gibt's ja nicht. Zack, zack, zack. Was hast du fallen lassen? 45. Da ist noch einer. Bam. 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 Voll drauf hier. Sehr gut, sehr gut. Ja, geht down jetzt. Kack, Williams-Ding da. Boom. Zack. Was ist denn die nächste Quest? Annehmen. Hafenklänge. Das ist doch bestimmt jetzt was. Hier, fahr zum Hafen. Karados. Das ist doch eine Quest. Die können wir machen. Der ist doch bestimmt hier oben, oder? Karte öffnen. Wo sind wir? Ist das der Hafen hier? Premium-Funktion. Das ist doch super, ey. Bastard. Naja, das da oben wird der Hafen sein. Dann fahren wir mal los. Oh, was ist das hier eigentlich? Neptuns Segel. Segen Level 1. Aha. Und das? Davy Jones Geschosse. Ja, deswegen mache ich Ivory View auf. Soll ich irgendein... Was ist denn das hier für Leute? Ach, komm. Einfach weiter. Und da sind wir schon. Zack. Jetzt haben wir hier die Quest angenommen. Jetzt kriegen wir eine neue. Annehmen. Das erste... Das Erbe des Beschweres. Fahrer nach Karos. Versenke 5 Seeratten. Da gibt es ein Auktionshaus. Und wenn er werft... Lass mal schauen, was es hier so gibt. Da gibt es nichts Besonderes. Taverne. Äh, auch nicht. Das sind die Quests quasi. Da Segelsätze wieder. Ich soll 5 so komische Schuften... Schurken... Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Na, die sind es nicht. Das weiß ich. Die gehen nämlich instant down schon. Ja, das ist nichts. Ja, müssen wir einfach mal ein bisschen hier langfahren. Boah, was geht mit dem? Möchte mich in eine Gruppe einladen? Nö, ich möchte das aber nicht. Ich möchte jetzt mal so spielen erstmal. Ablehnen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich muss erstmal mich so zurechtfinden. Wo sind denn die? Ähm. Versenke 5 Seeratten. Müssen wir erstmal finden. Da haben wir eine. Guck mal, die Karte. Ist ja ehrlich. Boom. 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 Ich meine, die können ja nichts. Da haben wir noch eine. Ja, komm. Komm, noch ein Schuss. Hier, noch ein Schuss. Da haben wir noch eine. Komm, noch ein Schuss. Ablehnen. Da. Ich will die eigentlich allein spielen. Zumindest nicht am Anfang. Du hast 395 Gold erhalten. Ich finde die gar nicht so stark. Die Kugeln. Lass uns mal hier die Steinkugeln nehmen. Wahrscheinlich sind das aber schon die Stahleisen. Ich sag, die Stahlkugeln sind schon die besten. Wahrscheinlich immer die obersten. Da haben wir noch eine. Ja, ich bin schneller, Kollege. Komm, geht down. So. Komm, die Seeratte machen wir noch platt hier. Sehr schön. Und die da auch noch. Jetzt geh schon down. So. Wir haben auch ein Level abgekickt. Wie viel müssen wir noch down machen von den? Fünf Seeratten. Habe ich doch schon. Oder? Was ist das? Ne. Habe ich nicht schon. Fünf Down gemacht. Da ist noch eine. Eins. Das waren doch die fünf. Es waren doch schon fünf. Locker. Komm, noch ein Schuss. Du hast Level 1 Seeratte. Ja, vielleicht. Ah, muss ich vielleicht ein anderes Level von Seeratten machen? Versenke fünf Seeratten. Nö. Steht nicht. Welches Level? Ah, da oben steht es ja. Noch eine. Da oben wird es mir angezeigt. Sehr schön. So, die Quest haben wir auch geschafft. Jetzt nehmen wir noch die nächste an. Schauen, was da der Auftrag ist. Töte fünf Krebsmonster. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Wir sind Level 2. Haben eine ganze Menge gesehen hier von Pirate Storm. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mein Name ist Tim und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.